Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Ja, ich habe gehört, dass der Schuzen-Sensei der Schuzen-Sensei gehört hat. Ich habe gehört, dass der Schuzen-Sensei der Schuzen-Sensei der Schuzen-Sensei gehört hat. Hmm, wenn ich die Schuzen nicht bin... ... so ist es. Es gibt einen Schuzen-Sensei. Ich habe es in der Schuzen-Sensei, die in der Schuzen-Sensei-Sensei-Refahrt haben. Das ist das Schuzen-Sensei-Sensei. Entendet. Danke. Wie kam ich denn von dir zum Lucky Charme? Kenmin. Oh, ich bin der Schuzen-Sensei. Entschuldigung, ich komme wieder. Da ist Lucky. Scheiße, der geht an der anderen Seite. Wenn ich jetzt hier oben links hochgehe, dann über den goldenen Kack rüberlaufe... ... oder doch lieber rechts lang. Ja, renn mal rechts. Din, din, din. Es war auf jeden Fall eine coole Mission, eine kleine. Ja, nicht rechts, sondern... ... äh, ich meine ja jetzt hier. Ob ich immer rechts dazu gesagt habe, weiß ich nicht. Dann sind wir schon mal hier. Ich will ganz kurz überlegen, das war jetzt... Warum ist die Kamera immer so beschissen gedreht? Äh... Lucky Charme. Also einfach geradeaus... ... und dann einfach nach links. Der Lucky Charme der Tempel? Nee. War ich überhaupt schon jemals bei den Lucky Charmen? Was ist ja jemals drinne? So richtig? Alter, wo geht's denn hier lang? Irgendeinem Friseurladen. Tee... Da frag mal einfach mal. Hm? Hm? Oh, geil, perfekt. Oh, ich mach schon. Ah, guck mal, wie viele Leute hier auch rumlaufen. Ist schon krass. So ein altes Spiel. Erinnert mich wieder an das Hongkong-Spiel, was wir gespielt haben. Aber sind wir auch in Hongkong gewesen. Gut, da waren ein paar mehr Leute unterwegs. Gern noch ein Café machen. War jetzt schon 22 Uhr. Ich muss morgen wieder relativ viel raus. Äh... Nach hier. Ich muss gleich mal neun Arsch geben lassen. Ich muss gleich mal neun Arsch geben lassen. Ach, das sieht aber böser aus. Mal schauen, was ich? Entschuldigung. Ist das ein bisschen, Herr Tio? Ach, das ist ein bisschen. Was ich weiß, was ich? Berufsrecht? Dass du ein Berufsrecht? Ja. Ach, das stimmt. Also, das ist ein bisschen was. Ich kann euch auch die Fähigkeiten zeigen. Ich bin die Sache, ich bin die Meinung nach. Er ist für die Verwürdigung der Verwürdigung. Er hat sich in den Verwürdigung der Verwürdigung, und es gab auch die Verwürdigung für Menschen. Diese Verwürdigung wurde die Verwürdigung, die ohne Verwürdigung in den Verwürdigungen waren. Ich habe doch A gedrückt? Hä? War jetzt das Problem, dass ich das... Hätte ich jetzt nicht drücken dürfen oder habe ich es verkackt? Och lol, man kann ja warten bis zum nächsten Tag, was? Ich bin etwas verwirrt gerade. Was ist das denn gerade? Aber das würde ja bedeuten, ich übernachte ja gar nicht, also muss ich gar kein Geld bezahlen. Ich bin heute das und wir gehen in den Vorarlöscher. Ach so. Die haben jetzt eine Möglichkeit eingebaut, dass man quasi die Zeit skippen kann. Wenn da zum Beispiel der Typ in zwei Stunden erst kommt, dann kannst du die Zeit skippen. Aber wenn das jetzt in den nächsten Tag reingehen würde, dann fliegt man... Ja, okay. Ja. Ich würde das glaube ich mit dem jetzt noch machen und dann wahrscheinlich dann doch den Stream dann schon beenden. Das ist ein bisschen doof. Na, mal gucken erst mal. Mal gucken. So. Piep, piep. So, jetzt haben wir ein Problem. Jetzt müssen wir einmal Miete zahlen. Wir müssen aber zwei Tage bezahlen. Aber ich kann nur einen Tag mir leisten. Jetzt muss ich erstmal wieder arbeiten gehen. Das kommt auch noch dazu. Ich brauche erstmal Money. Hups, falsche Taste. Aber ganz ehrlich Leute, eigentlich könnte man ein Spiel machen, was so ist. Mit der heutigen Grafik. Und dass man einfach nur seinen Tag verbringt. Also man schläft dann in diesem Hotel, man kommt so an, schläft in diesem schäbigen Hotel, sucht Arbeit. Dann wird man vielleicht in der einen Arbeit, die man sich ausgutzt hat, wird man halt besser und kann dann in den Beruf aufsteigen. Macht mehr Geld. Kriegt dann ein besseres Apartment oder bessere Bleibe und so weiter. Und das ist alles. Man lebt einfach nur jeden Tag. Läuft dann rum, geht dann was zu Essen kaufen. Oder geht auch mal an Arcade alle oder so. Das Lebenssimulator. Sowas wäre auch geil. Ich würde spielen. Ja. Dann gehst du auf den Weg. Nee, Sims ist nicht das gleiche. Das Geld, was ihr euch angeschrieben habt. Was ist damit? Oh, von gestern. Geil. Perfekt. Okay, jetzt ist die Frage. Darf ich nicht A drücken oder muss ich A drücken? Scheiße. Oh, ich weiß nicht, ich würde arbeiten noch. Scheiße, ich muss das arbeiten. Entschuldigung, Choyu-san. Oh. Äh? Okay, ich drück mal nichts. Aber es wäre ein sinnloses Springtime Event, wenn ich nichts drücke. Wir werden es sehen, aber es würde schon Sinn machen. Ich weiß, was das immer noch Zeit ist. Ich weiß nicht, was ich überhaupt nicht mehr als die Zeit haben. Ich weiß nicht, was ich denn hier noch nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht mehr als die Zeit ist. Ich weiß nicht, was ich jetzt nicht mehr als die Zeit. Ich habe es nicht so, dass ich mich nicht so fühle, was ich nicht so fühle. Das ist ein ganzes Wettbewerb, Tan. Tan. Das ist ein ganzes Wettbewerb, Tan. Du kannst es auch so machen, als es ein Wettbewerb. Oh, hör mal. Ah, du kennst das andere Menschen? Hmm, dann gehen wir an den Kassel-Porten. Da ist ein Verhandlungen aus der alten Kasse, und viele Kassel-Porten haben. Wenn du an den Kassel-Porten kennst, dann wirst du jemanden wissen. Finde ich den denn? Von hier aus links, okay. Von hier aus links. Ist das nicht der Ausgang? Doch. Ach, da direkt. Okay. Feuer einfach. Da arbeiten ist heute nicht. Wie geht's das? Ja, was soll das? Ich bin ja meine Arme. Arme 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 Arme? Ja. Ich fahre mit dem Konto, der Konto über das Konto. Ach, ich bin ja... Ich würde es beden, was ich nicht? Sind wir nach Koube-Gain in der Koube-Gain? Ja. Ja. Oh, das ist die alte Frau, ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass das... Dass es die alte Frau ist, hab ich doch gewusst. Gehen wir jetzt doch noch schnell arbeiten? Darf ich das theoretisch noch? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Wie komm ich denn hier wieder raus aus dem Arbeits-Ding? Hier geht's lang. Dann bin ich in dem goldenen Ding wieder, oder? Weiße. Wieso gibt's hier keine Taxis oder sowas, so Rikschas oder so? Ich guck mal auf die Karte. Ich bin jetzt hier oben und ich muss da komplett runter. Vielleicht soll ich doch lieber umdrehen und durch Dings laufen, durchs Lucky-Dings. Das ist schwer zu sagen, Alter. Bei dem anderen kenne ich den Weg wenigstens. Ich glaube einfach da lang, weil ich kenne den Weg wenigstens da bei dem. Ich hab da noch Platz. Mann, ich muss an euch. Danke. Danke. da stealing ja kein Japanisch hier. Der muss ja apenas Englisch reden. Sushi essen war ich auch noch nicht. Und mit dem Geld, was wir jetzt noch übrig haben und dem, was wir jetzt verdienen können. Also ich hoffe mal, dass die Zeit immer von dem Zeitpunkt aus gewertet wird, wo man quasi anfängt. Sondern sagt, okay, von dem Zeitpunkt aus zwei Stunden oder so. Weil sonst schaffe ich keine sechs Kisten. Hier hocken die ganzen Glücksspiel-Süchtigen. Es ist ein bisschen schade, dass es hier so sehr auf Glücksspiel aus ist. Aber ja, vielleicht gehört das tatsächlich zu dem alten Hongkong dazu. Weil ich war das dann wirklich so krass. Weil jeder musste irgendwie Geld verdienen. Was ist denn jetzt los? Achso. Da kam eine Zwischensequenz. Ich weiß immer noch, ob ich hier eine Bär durch abbiegen könnte. Hier komme ich wieder da hinten raus. Auf dem Angler, die setzen sich diesmal auch hin, die Angler. Krass. Ah, scheiße, der ist nicht da. Doch, da ist er. Jo, arbeiten. Ja, gleich dachte ich, den Job fragen soll. Das ist jetzt wieder dumm, weil es wieder ein bisschen langweilig ist, jetzt wieder eure Kisten zu schleppen. Aber wir brauchen das Geld. Hä? Gab es gar keinen Pfeil? Hat er nicht gerade links gesagt? Oder hat er rechts gesagt? Es gibt keinen Pfeil. Okay, das war mir nicht. Okay, das war mir nicht. Oh Gott, das ist kacke. Ich weiß nicht, warum der Pfeil nicht mehr auftaucht, aber es ist schon kacke irgendwie. Das Problem ist halt nach vorne klicken, dauert halt länger jetzt, weil ich irgendwie immer warten will, bis jetzt ein Geräusch kommt oder nicht, aber ich muss ja nach vorne gehen, wenn er nichts sagt. Wenn er nichts sagt, ist der Mist dabei. Wahrscheinlich als letztes Schwierigkeitsgrad oder so, einfach erhöht. Gibt es da wenigstens mehr Geld? Es werden, glaube ich, so nicht sechs Kisten schaffen. So. Okay,次. Okay. 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 Oder es ist einfach gerade ein Bug, dass er es nicht anzeigt. Ich bin gerade vorher am Konzentrieren. Jetzt kann ich nicht mehr so gut reden wie vorher, weil ich die ganze Zeit unten die Dings mache. Aber ich glaube auch, wenn ich die ganze Zeit nach vorne drücke, dass man schnell auch fertig wird vielleicht sogar. Ich bin mir nicht sicher. Weil wir dann trotzdem nach vorne laufen, wenn er nichts sagt. Das ist nach vorne. Scheiße. Doch nicht. Das mit nach vorne drücken, man darf man nicht so krass übertreiben. Ah, das ist gut. Wir schaffen das. Und geschafft. Geil. So schlecht mache ich mich gar nicht, sehe ich gerade. Nächste Küste habe ich auch noch. Also 60 habe ich auf jeden Fall geschafft, ist schon mal gut. Ich bin jetzt hingeschmissen gerade. Übelst auf den Himmel, weil ich mich schmissen so. Das, als wir gerade eh schon da waren. Naja. Eine siebende Kiste werden wir diesmal nicht schaffen. Ah, Ende. Also es wird schon daran liegen, wann man startet. Aber hey, sechs Küsten wieder geschafft. Nächste Küste, du hast es gut gemacht. In diesem Zeitpunkt, wir werden es noch mal geholfen. Das reicht aber für beide Tage, müsste das reichen. Geld. Ist auch ein bisschen schade, dass es hier keine Gehaltserhöhung oder sowas gibt. Haben wir unsere Schulden wenigstens bezahlt? Ist schon mal gut. Gleich. Also müssen wir ja noch bezahlen nachher. So, jetzt aber erst mal wieder. Gibt es nicht irgendwie eine Abkürzung? Ich gucke mal nach. Ne, scheint wirklich... Ah, jetzt noch ein Armdrücker. Das ist dann vielleicht wieder einfacher. Ich weiß es nicht. Ich will es nicht riskieren. Ich hoffe echt, dass das Spiel nicht auf Glücksspiel ausgelegt ist. Das wäre kacke. Ich bin echt mal gespannt, was sie bei Shenmue 3... Also Shenmue 3 wird ja nicht... Also ich weiß nicht. Anschluss, du bist ja noch da. Ich weiß nicht, ob du da Informations hast. Shenmue 3 wird ja an sich jetzt nicht so... Nicht von dem gleichen Spielstudio in dem Sinne gemacht. Sondern das sind, glaube ich... Da ist bestimmt irgendjemand dabei von der alten Crew, nehme ich mal an. Aber ansonsten ist es, glaube ich, wie ein komplettes anderes Team. Aber ich bin echt mal gespannt, wie die das Flair machen wollen. Oh, der Erfinder. Okay, der ist dabei. Aber Erfinder heißt ja nicht gleich, dass dann auch die Qualität gleich bleibt, ne? So, musste ich jetzt nochmal lang, um da hinzukommen. Eigentlich theoretisch nach rechts. Das da nach rüber, ist klar. Das ist schon eine große Stadt, das muss man schon sagen. Also es ist schon eine schöne Spielwelt so. Natürlich jetzt nichts gegen GTA und so weiter. Aber eine Open World so zu haben, ist schon krass. Kann ich nur mal wieder sagen. GTA wollte es dann wieder ein bisschen auf eine andere Ebene schieben, also noch höher. Da ging es dann wahrscheinlich dann eher darum, ey, ich würde mir mit Autos damit rumfahren und so. So eine große Stadt sein. Da kannst du natürlich nicht so eine Bewölkungsdichte machen und so. So, das müsste ja nicht... Achso, ja, genau. Das ging ja um das Apartment. Ich habe doch gewusst, dass die... Hä? Das ging ja nicht so. Du bist nicht so. Du bist auch so. Ich trommel 8 in der Verfahrt. Was ist da, der Barbar? Ich bin aber auch für den Was ist das? Du bist der Schlammfeld. Jetzt ist endlich mal wieder ein Kampf. Geil. Das war's schon. Das war ja der coole Neuangriff, den ich geübt habe, okay. Ich frage mich gerade, ich will mal ganz kurz gucken, kann ich den Kick machen? Okay, der ist noch der gleiche geblieben. Huch, ein bisschen eng hier. Das ist noch der gleiche geblieben, so nach hinten drücken und den Kick machen. Mehr oder weniger, also der geht bloß nicht nach hinten dabei. Jetzt reicht's aber. Das Problem ist halt, in China können halt alle Kung-Fu. Mit dem Tornado Kick kann ich auch nicht mehr. Ja, ich weiß nicht mehr, was sie sind, aber ich weiß nicht mehr, was sie sind. Oh, ja. Und was ist das? Ich weiß nicht mehr, was Sie wissen, was Sie wissen, was Sie? Ein weiteres... Ich werde dir erzählen. Ich bin der Weg. Du? Warum hast du mich geholfen? Warum? Das ist das Problem. Ich bin der Grund dafür, dass ich mich nicht wunderschön. Das ist das der Rest. Da hab ich die ja schon. Warte mal, was soll ich sagen? Ich habe mich nicht vergessen. Wenn ich mich nicht wissen will, dann kann ich mich auch über den Kahn-U-Sama hören. Der Kahn-U-Sama? Ja, nice. Äh, abgesehen davon, dass ich gerade wieder keinen Plan habe, wo ich hin muss. Der Tempel war ja... Ich bin mal kurz... War das nach dem... Ach, Scarlet Hills, da war der. Okay. Er war da geradeaus. Lauf, glaube ich, gerade falsch. Scheiße, ich war jetzt mal... Ach, der dreht sich immer so rum, wie ich halt auch gucke. Okay. Deswegen ist das immer verdreht. So, Stunde vorbei. Und für was machst du diesen Dauerrutsch-Angriff? Bei was denn für ein Spiel? Oder was genau machst du dann mit Julie? Warum machst du die ganze Zeit Steuerung X für Dauerrutsching? Oh, da müssen wir hier... Irgendwo gab es da eine Treppe. Hier geht's immer höher, immer höher. Schöne Bäume in der Stadt. Das ist das schönste Viertel hier, finde ich. Da hat man wenigstens noch was fürs Auge. Ist das überhaupt der Mammo-Tempel hier? Ist der schon, oder? Nein, das ist das so? Oh. 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 Vielen Dank.